Wow, look at that! Hier haben wir den Grindwall. Liebe Reisefreunde, heute begrüße ich euch vom Hafen in Reykjavik und erfülle mir einen kleinen Traum, den man in Europa nur an wenigen Stellen erleben kann. Heute geht es auf Whale Watching Tour mit einem kleinen Speedboat. Ich freue mich schon sehr darauf und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Lass uns starten zur Wahlbeobachtung. Blimey 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier haben wir den Blauwal. Der Buckelwal. Der Schwertwal, Orca. Das ist der gemeine Delfin. Atlantische Weißseitendelfin. Hier ist der Blauweiße Delfin. Der Narwal. Und hier haben wir den Belugawal oder Weißwal. Das hier ist der Savabie-Schnabel-Bereich. Der heutige Tag gehörte den Walen und Delfinen. Ich habe mit Elding vom alten Hafen in Reykjavik mit einem RIP-Speed-Boat eine Whale-Watching-Tour gemacht. Ich habe dabei zwar keine großen Wale gesehen, wie den Buckelwal oder den Blauwal. Aber ich habe Minkwale und Weißschnauzendelfine gesehen. Es war ein sehr interessanter Ausflug. Danach habe ich zur Abrundung noch das Whales of Iceland Museum besucht, wo es eine große Anzahl von Delfinen und Wale zu sehen gibt, die teilweise eine beachtliche Größe erreichen. Mir hat der Tag gut gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn er euch gefallen würde. Schreibt mir eigene Erfahrungen oder eure Ansichten in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. – zum nächsten Mal. – Untertitelung des ZDF, 2020